Natürlich haben wir Ängste, wenn wir etwas Neues beginnen. Unser Verstand rebelliert, weil er keine Erfahrung hat, auf die er zurückgreifen kann. Aber ganz wesentlich ist für uns zu wissen, dass wir in unsere Aufgaben hineinwachsen werden. Wir müssen jetzt noch gar nicht so groß sein, wie unser Endziel gerade aussieht, sondern wir werden uns Schritt für Schritt entwickeln und Schritt für Schritt in unseren Erfolg hineinwachsen. Also ganz wesentlich ist, dass wir nicht gleich die ganz große Treppe sehen und die auf einmal nehmen wollen, sondern wir werden Stufe für Stufe nehmen. Das ist sehr wesentlich zu wissen, denn das nimmt uns einen großen Teil der Angst. Auch ich war am Anfang überhaupt nicht so groß, dass ich mir zugetraut hätte, dass ich all diese vielen Bücher schreiben könnte. Ich habe einfach angefangen mit einem Satz, mit einem Kapitel und habe gemerkt, dass das etwas ist, was mich ausmacht. Und genauso solltest du vorgehen. Wenn Ängste hochkommen, ja, lass sie zu, unterdrück sie nicht. Aber ganz wesentlich, geh immer wieder in die Fokussierung deines Ziels. Stell dir vor, wie es sein wird, wenn du deine Sehnsucht verwirklichst. Also hab zwei Ziele im Auge. Das eine ist die kleine Stufe, die kleine Treppe, die du jetzt nehmen willst. Und das Langzeitziel. Und sei dir ganz sicher, du bist groß genug, um irgendwann einmal diese Größe zu erreichen. Und das ist deswegen so wesentlich, dass du trotzdem jetzt schon losgehst, auch wenn Ängste sich melden. Denn sonst wirst du nie erfahren, ob du vielleicht nicht doch groß genug gewesen bist, etwas Großes zu leisten.